Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Bibi und willkommen zu einem neuen Video bei Qrex und trotz der schlechten Qualität wende ich euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Horset bei Qrex, abonniert ihn und kauft sein Merch und nein, dieses Intro ist kein bisschen geklaut. Horset bei Qrex 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 Horset bei Qrex